der Pleitegeier. Mit nur acht Punkten aus 17 Begegnungen lag man vor dem Spiel gegen Turin am Tabellenende. Am Samstag wollten die Findler Damen endlich wieder Bodengut machen, was jedoch nur bedingt gelang. Der CF Südtirol muss sich nämlich daheim mit einem 2 zu 2 Unentschieden begnügen und lässt im Abstiegskampf weitere wichtige Punkte liegen. Am 18. Spieltag der Serie A hätten sich die Weißroten drei Zähler verdient. Die Findler Damen schafften es aber nicht, eine zweimalige Führung über die Zeit zu bringen. Auch zum Leidwesen von CF Südtirol-Trainer Antonio Alberti, der in der 84. Minute aufgrund von Protesten vom Platz gestellt wurde. Nicht nur deshalb haftet dem Punktegewinn am Ende ein saurer Beigeschmack an, denn es waren die Damen des CF Südtirol, die von Beginn an die Zügel in die Hand nahmen und die Gästemannschaft aus Turin in die eigene Spielhälfte drängten. Nach einem Abseits-Tor von Dalla Giacoma war es dann auch Mummelta, die in der 21. Minute den verdienten Führungstreffer für die Heimmannschaft erzielte. Die Nummer vier der Findler Damen ließ mit einem sehenswerten Schuss aus 25 Metern Turins Torhüterin Russo keine Chance und hob den Ball zum 1 zu 0 ins gegnerische Tor. Die Gegenreaktion von Turin folgte auf dem Fuße. Schroffenecker konnte Bonanzias Schuss aus sicherer Distanz jedoch gerade noch abwehren. Es blieb beim 1 zu 0 Halbzeitstand. Keine zehn Minuten nach Wiederanpfiff hatte Schroffenecker aber das Nachsehen, als Rosucci mit einem sehenswerten Distanzschuss zum 1 zu 1 Ausgleich traf. Der CF Südtirol reagierte schnell und vor allem effektiv. Allerdings war auch viel Glück dabei, als Donnelli nur vier Minuten nach dem Ausgleichstreffer das 2 zu 1 für die Heimmannschaft erzielte. Die Turiner drängten nun auf den Ausgleich, welcher in der 84. Minute Realität wurde. Nach einem Getümmel im Strafraum der Findler Damen war es Cerato, der am schnellsten reagierte und unter lautstarken Protesten des CF Südtirol-Trainerstabs den Ausgleichstreffer zum 2 zu 2 Endstand fixierte. Natürlich schade, dass wir in der 84. Minute dieses Tor kassiert haben, aber leider ist es der Fussball und mit dem müssen wir akzeptieren. Perspektive für die Zukunft ist natürlich schaden, dann in der drittletzte zu werden, weil natürlich die letzten zwei dann absteigen. Ich glaube, wir haben die Chancen. Die Chancen, die wir haben, müssen wir auch konkretisieren. Wenn wir das nicht machen, haben wir grosse Probleme natürlich. Wir kämpfen weiter, wir lassen uns ganz gewiss nicht unterkriegen, weil das Schlechteste in dem Moment wäre, wenn man sich jetzt mental Kugeln lassen würde und sagen, dürfen wir uns absolut nicht, weil wir haben ein Ziel vor Augen und das ist die Salvetia und wir sind auch eben da, wo wir sind. Und wir können gerade vier Starten auf uns warten und die anderen. Und wir konzentrieren uns jetzt auf uns. Wir sammeln einen Punkt nach dem anderen. Wir wissen, warum jetzt zwei Spiele gegen Brescia und gegen Torres, wo es hart wird. Aber danach, die letzten fünf Spiele, das ist unser Ziel. Selber müssen wir in Topform sein. Die fünf Spiele sind für uns entscheidend und wir haben in Klassenerhalt schaffen oder nicht und auf das Ziel mehr hin. Die Findler Damen bleiben damit Tabellenletzte, verkürzen jedoch den Abstand auf die Mannschaft aus Firenze auf zwei Punkte. Am nächsten Samstag folgt das schwere Auswärtsspiel gegen den Tabellendritten aus Brescia.